Ja, das ist das erste Mal, dass wir das Häschen-Spiel spielen, wir haben keine Ahnung. Da ist ein Häschen! Ganz süß, oder? Wo siehst du ein Häschen? An der Wand, mit Blut. Achso, das Blutteil da. Jep! Okay. Ich spiele Rachel. Ah, Spielen beginnt 5, 4, zählt nur ab. Ich habe irgendwie Angst vor denen. Ich bin schwarz. Bald mache ich den Sprachschiff. Hallo! Was, Mann? Infiziert. Guten Tag, mein Name ist Rajit. Was kann ich für Sie tun? Ich habe irgendwas gemacht. Blutbeutel trinken. Was zum Fuck? Ich glaube, du gibst gerade an, dass du infiziert bist. Genau, das soll sich das verschweigen. Ich habe volle Gesundheit. Alles gut. Tschüss. Ey, Amy, willst du mich ficken, oder was? Nee, Amy, töd mich nicht. Nein! Ich bin doch gar nicht bei dir. Bist du das? Lass mich in Ruhe, bitte. Amy, wenn ich das bin, lass mich bitte in Ruhe. Töd mich nicht. Ich habe Frau und Kinder. Nein, da bist du. Ich dachte, du wärst das da. Oh mein Gott. Das war so eine Leiche. Oh Ficken. Oh Ficken. Oh Ficken. Hast du den gesehen? Am Abend ist es so schwer zu spielen. Ich bin mal gespannt. Ey, komm her, Amy, Amy, Amy. Komm zurück, komm zurück. Komm dir das an. Was denn, was denn? Was machst du mit dem? Wollen Sie diesen Dienstag um 18 Uhr? Ey, der lebt noch. Der schläft nur. Lass ihn mal. Halt's auf. Nee. Bam! Der ist immer noch am Leben. Halt. Fisch. Oh nein! Wo es eigentlich auch mal krank ist oder nicht. Er hat es gehört. Er hat es gehört. Ja, das kriegst du eingeblendet. Und wenn du schlauer bist als ich, dann erzählst du es nicht. Ah! Es ist dunkel. Was war das denn? Geh weg. Ich werde umgebracht. Helft. Help me. Help me. Alien attacking me. Please. Help me. Underbander. Please. Sie sagen ja gar nichts. Ich muss die Leute auch was machen müssen. I need ammo. Fippet. I need ammo. Give me ammo. Amy, bist du verschwunden? Ja. Wieso? Ah, ich hab's gehört. Bitte. Lass mich in Ruhe. Ich verspreche euch auch, ich werde nie wieder einen Hasen vergewaltigen. Oder meiner Oma beim Kacken zusehen. Na lecker. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab so Angst. 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 Äh, ich hab was, ja. Egal. Wir müssen nach oben, ne? Drei. Was passiert? Irgendwie ist das so unheimlich. Da kommen die ganze Zeit irgendwelche Rufe und Geräusche, Alter. Ja! Ich hab so Angst. Emi, musst du versuchen, die Leute zu töten, oder wie schaut's aus? Weiß ich nicht. Ich soll nach oben gehen. Äh, Gesundheit, Leute. Oh. Gesundheit, Leute. What the fuck? Oh! Wunde, Wunde! Hä? Was ist los mit mir? Ich blute! Oh. Ich bin dort! Das Gas hat dich verschlungen. Was für ein Gas? Das frage ich mich auch gerade. Wer hat gefurzt? Hä? Hä? Was ist das? So. Nero? Ich schau Nero zu. Ja, ja. Ich bin auf deinem buschigen Kopf. Wie, du schossst mir zu, Pischischot? Ja, mich hat irgendein Gas, irgendein Furzgas hat mich tot gemacht. Nein, ich hab Amy erschossen. Was? Ich konnte noch mal rumlaufen und dann war ich eliminiert. Ach, als ob. Echt? Ach, ja. Ich hab doch einfach gesagt, nein, damit du mich nicht wieder töten kommst. Ach so. Als ob ich sie umgebracht hat. Hä? Warum bin ich jetzt tot? Ich geh mit wo. Weil du abgeknallt wurdest von den Typen. Ja, warum denn? Der hat noch was gesagt, ne? Nee, du lebst doch noch. Nero lebt doch noch. Da siehst du, er kann noch einmal und dann ist er vorbei. Aber was hat er gesagt zu mir? Irgendwas? Ich hab's nicht verstanden. Es war sehr komisch. Sag mal, seine Mutter stinkt nach Fisch oder so. Keine Ahnung. Nero, da ist eine Bettmatratze vor der Tür, du. Sag dem mal, sag dem mal, deren Eltern sind Geschwister und geschieden. Ah, Leute. Ihr wisst, was hier los ist. Ihr wisst es schon. Ist doch immer so. Kann ich hier nicht euch beitreten? Weil ich hab das Spiel jetzt runtergeladen. In der nächsten Runde bestimmt, oder? In der nächsten Runde, ja. Klar. Da kann ich jetzt schon nach oben. Hey, wie komme ich da so raus? Keine Ahnung, Alter. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Hm. Sag mal dazu, genau. Ihr müsst wieder abgebrochen worden, der Pisser. Der Pisser? Bei mir läuft da, der Pisser. Stopp, warte. Okay, pass auf. Das heißt, wenn ihr Bock darauf habt, dann könnt ihr euch diesen ganzen Blödsinn, diese ganze Kacke, die ich da mal produziere, die könnt ihr euch sogar live angucken. Ist unglaublich, oder? Ja, ist unglaublich, ne? Das läuft. Ich weiß noch nicht, wer das machen würde, aber... Keine Ahnung, wer das machen würde. So. Betten, ich hab atmosphärischere Musik als du. Jetzt gerade hab ich gar nichts, weil ich Nero zuguck. Ich hab mega die geile Musik, Alter. Ja, stimmt. Spaß. Ne, Steffen lebt doch auch noch. Ja. Ja. Vier Stück leben noch. Mhm. Ich bin hier mit den, äh, komischen Jabs alleine. Ah, scheiße, bin tot. Das wird noch dauern, bis ich da, äh, das hundertprozentig begriffen hab. Ich bin hier oben gebrochen. Ich freu'n. Ich freu'n. Ich freu'n. Normalerweise, da wir jetzt beide tot sind, soll sie eigentlich schon zu Ende sein, oder? Nee. Gauklerprinz ist noch da. Und Jitarek. Ja, aber die sind gesund. Und der Kanokopol. Also, es sieht so aus, als ob die gesund wären, ne? Ja. Ja, weil nur bei uns so meines Zeichen kommt. Ich bin nicht da, ich bin tot. Ah, ihr müsst so'n Ausgang finden. Ah. Der Typ ist so im Ausgang gegangen, meine ich. Ach, die müssen Ausgang finden? Ja. Oh, der hat jemand umgebracht. Der hat jemand umgebracht. Lol. Als ob. Der ist raus, ne? Ja. Ja. Ja, so einfach kann das gehen. So eine Runde mal eben weggesnackt, oder so. Ja. Es gibt etwas Liebe. Es gibt diesen schicken, coolen Hasen. Yeah, yeah, yeah. Gauklerprinz, ich hab dir Liebe gegeben. Liebe? Ja. Liebe. Ganz doll Liebe. Warum bin ich hier zum Keh- Ach, ne, doch nicht. Awesome. Von mir hat Amy Liebe bekommen. Ähm. Hä, wieso ist ein Flo nicht da? Ich kann Flo keine- Doch, da. Flo kriegt auch was. Ähm, ihr müsstet den Gino einladen, Herr Steff. Auf jeden Fall war das die erste Runde von diesem Game bei mir. Ihr seht auf jeden Fall, äh, auch noch mehr. Das sag ich schon mal für die nächste Folge sozusagen. Und bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.